Hallöchen Leute, einige Dinge in Thailand sind für uns vor langs nur sehr schwer verständlich. Dazu gehört mit Sicherheit das Statusdenken der Thailänder. Endlich wird die Aircon auf meinen Drängen hingereinigt. Der Status einer Person in Thailand spielt eine wichtige Rolle im Umgang der Bevölkerung miteinander. Das ist ein umfassendes Thema und alle Kriterien aufzuführen würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Deshalb nur einige wesentliche Punkte mit einfachen Worten aufgeführt. Status ist mehr oder weniger gleichbedeutend mit Gesicht gewinnen oder Gesicht verlieren. Gesicht zu haben bedeutet in Thailand das Ansehen in der Gesellschaft aufgrund der Arbeitsstelle, der Kleidung, des Vermögens und des Betragens in der Öffentlichkeit. Dabei wird allerdings der Schwerpunkt auf die Äußerlichkeiten und weniger auf die Umgangsformen gelegt. Das können wir oft genug im Alltag beobachten. An nächster Stelle rangiert die Arbeitsstelle. Leitende Angestellte und Beamte haben viel Gesicht. Die Landbevölkerung und Arbeiter haben wenig Gesicht. Das ist auch leider heutzutage noch so. Gesicht zu haben und das Statusdenken der Thailänder gehen dabei fast schließend ineinander über. Thais handeln nicht nach dem Prinzip der Logik, sondern danach was ihnen in den Augen der anderen Gesicht verleiht. Sie zeigen beispielsweise gerne was sie an materiellen Dingen vorzuweisen haben. Auto, Haus und Goldschmuck nur um einige zu nennen. Viele können sich diese Statussymbole gar nicht leisten. Ihr Schuldenbarg wächst stetig. Die Reinigung der Aircon geht in letzte Phase und ich mache eine kleine Pause. Streitigkeiten in der Öffentlichkeit werden vermieden. Andere nach Möglichkeiten nicht kompromittieren. Das Lächeln der Thais drückt nicht immer nur Freundlichkeit aus, sondern zeigt ihre Verlegenheit in Situationen, die sie überfordern. Sie lächeln zum Beispiel bei Missgeschicken von anderen Menschen, um deren Gesicht zu wahren. Für den Ausländer unverständlich, er hält es natürlich für Schadenfreude. Weit gefehlt. Ausländer verlieren schnell ihr Gesicht, wenn wir nach ihrem Verständnis überhaupt eins besitzen. Falls wir uns in der Öffentlichkeit argolisch äußern oder herumschreien, bedeutet das Gesichtsverlust. Bei Streitigkeiten mit der eigenen Ehefrau und deren Gesichtsverlust ist Vorsicht angesagt. Besonders, wenn diese Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit stattfindet. Sie kann dann recht böse reagieren. Besser ist es, solche Streitigkeiten zu Hause zu regeln. Thais machen nun mal keine Fehler. Davon können viele Frau Langs ein Lied singen. Thailänder sind in keinster Weise kritikfähig. Sie nehmen Ratschläge von Frau Langs so gut wie nie an. Sie wissen halt alles besser. Wird Kritik in der Öffentlichkeit geäußert, verliert der Thailänder sein Gesicht. In einer solchen Situation kann es sein, dass der Betreffende die Selbstkontrolle verliert und ziemlich zornig reagiert. Eine gute Methode, einen Thai an Gesicht gewinnen zu lassen, ist ihn zu fragen, was er davon hält, wenn dies oder jenes auf diese Weise gemacht wird. Ihr erreicht, was ihr möchtet und er wahrt sein Gesicht. So einfach geht das. Mein ganz persönliches Fazit. Thais machen keine Fehler. Werden sie dabei erwischt, dann darf man es nicht äußern, sonst reagieren sie ziemlich sauer. Wir Ausländer werden allerdings bei jeder Gelegenheit, die sich ihnen bietet, kritisiert. Egal was wir machen, hier sind die vollkommen unwissenden Phalanx in ihren Augen. Das war es mal wieder für heute, Leute. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.